Jetzt ist es soweit. Heute reden wir mal über den Film Ambulance von Michael Bay. Den habe ich mir eine ganze Weile gespart. Michael Bay ist so eine Figur, die ist für mich zwiespältig, aber normalerweise erfüllt er ja die Erwartungen. Ja, ich mochte sogar, ich glaube, den ersten Transformers, Gott, der war damals revolutionär. Und dann ist es ja so, man kann über ihn sagen, was er mal will, aber wenn er was macht, dann ist es praktisch gemacht. Also in dem Sinne, dass die Effekte saugeil inszeniert sind. Und man normalerweise, wenn man das Hirn abschaltet, eigentlich da so straight forward Spaß hat. Nicht so bei Ambulance. Und da reden wir jetzt drüber, warum das so ist. Nehmt euch einen Kaffee. Ich weiß nicht, es könnte was Längeres werden. Übrigens, Spoiler Warning, ich werde euch den ganzen Film erzählen. Der Film Ambulance hat das grundsätzlichste Problem. Wir sind jetzt schon im Spoiler-Bereich, gell? Dass er zu viel zusammen mischt. Also das klassische, zwei Brüder und so weiter. Der eine weiß, der andere schwarz. Okay, interessante Konstellation. Könnte man sich an vielen verschiedenen Stellen in dem Film denken. Und dann denkt man sich wieder auf der anderen Seite, vielleicht ist das ironisch. Und da kommen wir auch noch ein paar Mal drauf. Aber wenn man es ironisch macht, mit so einem gewissen Augenzwinkern, dann muss man den Film anders aufbauen. Das hier ist kein Beverly Hills Cop. Oder irgendetwas, an was er jetzt vielleicht denkt. Das sind auch nicht zwei stahlharte Profis. Nein, es ist schlimm. Renomal über die Handlung. Wir haben diese zwei Brüder, die so kurz vorgestellt werden. Und das sortiert sich dann etwas später. Der eine, der, jetzt geht es wieder los, der Will, hat ein Problem mit einer Versicherung, ist leider auch der Klassiker. Seine Frau muss operiert werden. Amerikanisches Gesundheitssystem, kein Geldversicherung. Was bleibt ihm da? Ein Barbarbanküberfall. Klar. Der andere Bruder, der ist ein guter Dieb, würde ich jetzt mal sagen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und dann denkt man sich, das Ganze, das könnte schon eigentlich jetzt mal das Gegenteil zu dieser Standard-Cop-Situation, also eben zwei stahlharte Profis oder Ähnliches werden, zwei verschiedene Cops, die zusammen irgendwie ein Problem lösen. Ist eigentlich der Klassiker. Ja, aber wir haben dann noch eine andere Mitspielerin, und zwar Cam. Cam ist eine, wie würde man das heute sagen, eine Notärztin trifft es nicht ganz, also Rettungssanitäterin. Man sieht sie da nochmal einen Satz und dann wird auch relativ kompakt, wird sie vorgestellt, eben als jemand, der den Ehrgeiz hat, die Leute lebendig in die Klinik zu bringen und damit ist ihr Job erledigt. Gut. Bruder und Bruder, also der Will wird dann hineingezogen in die ganze Geschichte, weil eben der Danny erklärt, und er wird gespielt von Jack Gyllenhaal, und er ist genial in der Rolle eigentlich, wenn das Drehbuch mehr hergeben würde. Also der eine zieht den anderen eben in diesen seltsamen Bankraub rein, und ich muss gestehen, das Schlimme an dem Film ist, der macht so Sprünge. Er lässt sich sehr viel Zeit, er geht zwei Stunden irgendwas, und dann macht er so Sprünge, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt kein Problem damit, dass man manchmal Logiklöcher füllt mit irgendwie etwas rasanter, witziger und genial gemachter Handlung. Da ist es aber so, ich habe an den zwei Mal hingeschaut. Ich habe nicht so ganz kapiert, warum die jetzt gerade in die Bank, wie auch immer, ist es plötzlich eine große Truppe, und plötzlich muss genau er, also der Will, der Danny, ich muss die Namen immer nachgucken, dem Danny nachhelfen, dass das Ganze eben zum Laufen kommt, weil er ist ja Kriegsveteran, der Klassiker. Also am Ende führt es dann dazu, dass die alle, diese ganzen Mitspieler, an einem Punkt zusammenkommen, also in der Bank. Machen wir mal einen kurzen Abstecher hier. Der Film beginnt an der Stelle schon nervig zu werden, weil er mit unmotivierten Drohnenflügen garniert ist. Drohnenflügen, wo man nicht versteht, was passiert, warum überhaupt uns einem eher halbschlecht wird. Na, da wird eine Hauswand runtergeflogen, und jemand dachte mir, ach, also in Gaussbusters würde jetzt da irgendein Geist unten ankommen, oder ein Felsbrocken wird jemand da schlagen, oder sowas. Das sind so diese, weil wir es können, Drohnenflüge, die nichts zur Übersicht beitragen. Das wäre auch noch okay. Der Film hat insgesamt ein Problem damit, dass er keine Übersicht herstellt. Es ist ein heilloses Durcheinander an Gefliege, Gefahre, Geschieße und Gefluche. So, wir sind jetzt in der Bank. Weil wir noch nicht genug Mitspieler haben, haben wir noch ein, ich sage jetzt mal, Polizistenpärchen. Das ist falsch. Also zwei Kerle, die miteinander Streife fahren, und der eine von denen ist verschossen in eine Mitarbeiterin der Bank. Und dann sagt der eine zum anderen, geh halt da rein, und ich sage halt, dass du dich für sich interessierst. Natürlich ist in dem Moment gerade der Banküberfall am Laufen, ist ja klar. Und dann kommen wieder die interessanten Dialoge, wo der Jack Gyllenhaal eigentlich ihn nicht reinlassen will. Aber dann muss er ihn doch reinlassen, und wir wissen alle, wie das enden wird. Und jetzt nimmt das Unheil irgendwie seinen Lauf, weil am Ende kommt es dann halt dann raus. Also die Szene ist noch so weit ganz gut gemacht. Aber man merkt dann am Schluss, das Ganze muss in einem Desaster enden. Und weil es noch nicht genug ist, haben wir dann noch eine FBI-Gruppe, die sich in das Ganze irgendwie einreiht, weil das war wohl eine Falle. Das ist für den Zuschauer zwischendurch ein bisschen ein Durcheinander, weil man nicht mehr so ganz genau weiß, wer jetzt wer ist. Beim zweiten Mal angucken dieser Szene wird es klar. Aber ohne dieses Vorwissen, wie es weitergeht, ist es ein bisschen unübersichtlich, ist aber eigentlich auch völlig egal. Das Ganze endet dann in einem... Das sage ich jetzt noch nicht. Wir müssen noch zwei Schritte zurückgehen, weil wir sehen jetzt hier wieder diese kleinen Comic-Einlagen, die Michael Bay reingemacht hat. Es gibt eine Szene, wo die maskierten Täter in den Aufzug einsteigen. Und dann sieht man eine ältere Asiatin, die noch die Tür aufhält, sich dann da reinklemmt und dann denkt man sich schon, jetzt was passiert jetzt? Aber sie hat auch eine Maske auf, weil wahrscheinlich hat sie eine Erkältung und es fällt überhaupt nicht auf. Großartige Comedy für einen Film, der sich insgesamt nicht ernst nimmt. Hier wirkt es ein bisschen gewollt. So als Comic-Relief, der da hier nicht reinkört. Auch die Szene, wo der Transportwagen von dem anderen Bullen da repariert wird, der an der Ecke stehen bleibt und der ihn natürlich noch repariert und dem anderen noch einen schönen Tag wünscht. Der Karin, der später auch einen von den Bankräubern dann mit sich reißen wird. Für einen Film dieser Länge zu lang, zu viel hinzugefügt. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, der Film ist keine Comedy. Er nimmt sich dann doch wieder zu ernst, deswegen hätte ich das quasi rausgelassen. Gut, wir sind jetzt bei der wilden Eskalation. Es ist ein Gerennegeschieße, dann ist irgendwas mit falschem Eingang, dann rennen sie wieder zum anderen Eingang und den einen Bullen nehmen sie ja dann als Geisel. Der wird natürlich in diesem ganzen Durcheinander und ich habe diese Szene, wo er angeschossen wird, viermal angeguckt. Ganz kapiert habe ich es nicht, kann an meiner Dummheit liegen. Beim ersten Gucken fällt es überhaupt nicht auf, weil plötzlich ist er halt angeschossen. Ist egal, weil wir wissen ja, wir haben ja noch den Notarztwagen. Das ist ja die Gruppe, die jetzt in die Handlung eingreifen muss und jeder hat den Trailer gesehen, da weiß man, dass da irgendwas passiert. Also die werden dann reingerufen und am Ende nehmen die halt den Notarztwagen mit seinen Insassen als Geisel und erpressen halt alle mit dem Polizisten. Also es bewegt sich nachher der Notarztwagen mit dem schwer angeschossenen Polizisten, mit dieser Notarzthelferin und den zwei Brüdern bewegt sich raus aus dem ganzen Gedöns. Und dann geht eben diese Flucht los. Weil wir noch nicht genug Handelnde haben, kommt dann noch ein zweiter Agent ins Spiel. Und jetzt verzeiht ihr mir es, aber dann eben eine Szene, wo eben LGBTQ plus Community abfeiern wird. Wo eben der taffe FBI Agent, der gerade eben befördert wurde, dass er jetzt, was weiß ich, Chef der Bankenblablabla Aufklärung ist, mit seinem Mann bei der Paartherapie sitzt. Und natürlich der sagt, ich bin, also alles ist wichtiger außer mir. Und jemand klingelt ihm sein Telefon, großer Banküberfall, Servus, Leid, ihr müsst gehen. Okay. Wieder Comedy. Auch der andere, ist das auch ein FBI Agent, ist er, ich weiß schon, das SWAT Team Leiter, der mit seinem Hund durch die Gegend fährt. Und dem sein größtes Problem ist, dass sein Hund nachher gut nach Hause gebracht wird. Too much. Einfach too much. Sind wir schon wieder bei dem wilden Gerinnen? Nein, wir haben noch eine Person, die fehlt. Und zwar die Token Hackerin, die an sich für mich den Film mehr tragen könnte als die anderen. Weil sie, die ist halt schrullig genug. Und da gibt es halt schöne Sätze, wie der, ich sage jetzt mal, SWAT Team Leiter zu ihr sagt, sie sind jung und sie, sie, zu ihm, sie sind alt. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Flirtereien, wir müssen jetzt hier einen Einsatz machen. Ihr merkt es, das sind einzelne Konstellationen, die für einen lockeren Actionfilm gut geeignet wären. Jetzt haben wir das alles aber zusammen. Ich fasse zusammen. Wir haben einen Notarztwagen mit einem schwer angeschossenen Polizisten. Wir haben zwei Agentengruppen, die dem Ganzen hinterherkriegen, mit einer Hackerin, die alles Mögliche kann. Haben wir noch irgendjemanden vergessen? Also da ist noch der eine Polizist, der Partner von dem, der im Notarztwagen liegt und vielleicht seid ihr jetzt schon verwirkt. Weil, nein, es sind noch zu wenig Leute. Wir brauchen mehr Leute. Mehr für das Durcheinander. Aber damit auch ein bisschen mehr Spannung entsteht in diesem Speed für Arme und damit wir auch eine Motivation kriegen, muss dann der Polizist notoperiert werden per Telemedizin vom Golfplatz direkt in den Krankenwagen. Das ist das, für was wir 5G eigentlich brauchen. Haben sie uns eigentlich nie so richtig erklärt. Und spätestens dann, wenn Cam's Hand in seinem Bauch verschwindet und dann die, was ist es, die Milz platzt und dann natürlich auch noch der Akku des Handys versagt. Dann weiß man, oh mein Gott, ist das eine Michael Bay Katastrophe Sonntag. Es wird zu viel. Und das sind jetzt wieder Szenen für mich. Die nehmen dem Ganzen, weil sie eben so ernst inszeniert sind, die nehmen die Lockerheit wieder raus. Das passt für mich nicht zusammen. Hatte ich schon mal gefragt, ob wir genug Personen haben? Nein, haben wir nicht. Weil irgendwie haben sie mal kurzzeitig die geniale Idee, wird auch in einigen Filmen gebracht, dass sie eigentlich diesen einen Notarztwagen nur tarnen können durch Vinit Mare Mare Notarztwagen. Dann brauchen wir irgendeinen, ich muss ein russischer Mafiosi oder wie auch immer, der da noch eingreift, damit sie diesen fliegenden Wechsel oder diese, wie auch immer, Verkleidung, also ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Das wirkt ein bisschen wie Thomas Crown Affäre dann da. Also wie sie es plötzlich schaffen, dass ein Wagen geht rein, zehn Wägen gehen raus oder acht oder wie viel auch immer. Und bei dieser ganzen Fahrerei ist am Ende eben die ganze Übersicht komplett verloren gegangen. Also sie schaffen es nicht oder sie wollen es nicht, weil es keinen Sinn ergibt, dass man irgendwie einen Überblick hat, was jetzt hier passiert. Also bei Speed weißt du ungefähr, wann sie wo sind. Da sind wir wieder bei Szenengeometrie oder Szenenarchitektur oder wie genau das, ihr könnt das garantiert ergänzen, wie genau das heißt. Es ist unübersichtlich und für mich ist halt dann auch ein bisschen die Luft raus, weil wie willst du mitfiebern, wenn du nicht weißt, wie viel denen gerade noch fehlt, um ihr Ziel zu erreichen. Das ist schon mal das eine Problem. Das andere natürlich an der Stelle ist, du warst auch gar nicht, wer sind jetzt die Helden eigentlich in dem Ganzen? Eigentlich ist die Notärztin die einzige Heldin bei der ganzen Geschichte. Aber immer wieder wird der Will auch so als kleiner Held dargestellt. Er will ja bloß das Geld für seine Frau und so weiter und so weiter. Dann spendet er noch dem Kopf Blut und ich erspare uns jetzt auch noch mal zwischendurch ein paar Schießereien, wo uns ein paar Sachen ein bisschen schief gehen. Am Schluss sind da noch mehr angeschossen. Also, kehren wir es mal alles zusammen. Der Film ist technisch gut gemacht, aber ich konnte ihn nicht genießen, weil ich sage es euch jetzt mal, was er verwendet und welche Einzelfilme ich für viel besser halten würde. Speed zum Beispiel, von dem kann man halten, was man will. Der schafft es aber eigentlich bis zum Ende rasant zu bleiben. Er nimmt sich ernst, er zieht es durch, er ist einigermaßen logisch, mal hat eine Übersicht, was passiert. Fast and Furious ist vollkommener Bullshit. Bringt auch dieses Familiengedöns auch immer wieder hoch. Aber nehmen wir mal die letzten zwei Filme raus, wenn man Spaß dann hat an mittelmäßig hirnloser Action mit leider eher mittelmäßigen Spezialeffekten, mit viel Autos und Mädels, die ihren Hintern schwingen. Ist das okay, weil man weiß, was man geboten bekommt und genau das wird auch geliefert. Wie gesagt, ich nehme mal die zwei letzten Filme raus. Wenn man es mag, dass zwischendurch mal flotte Sprüche irgendwie geschmissen werden, dann wäre eigentlich eher Beverly Hills Cop oder Bad Boys, sowas in der Art. Wahrscheinlich eher eure Ausnummer, aber alles ist es ja nicht. Wenn man gerne Explosionen mag, dann sollte man sich mal bei Michael Bay bei anderen Filmen bedienen. Und inzwischen würde ich auch die Transformers rausnehmen. Wobei ich den letzten oder vorletzten von Michael Bay sogar wieder als Persiflage von sich selber durchgehen lassen würde. Dann zwar haben wir es aber das Problem, dass man sich die Dialoge eigentlich nicht anhören kann. Wenn die Autobots reden, dann ist das eine so große Ansammlung von kulminiertem Bullshit, dass man sich eigentlich bloß noch denkt, also holt mich komplett überhaupt nicht mehr ab. Ja, wie enden wir jetzt da? Wie der Film wirklich endet, ist noch mit einer wunderbaren Moralkolle. Der Kreis schließt sich. Die Rettungssanitäterin besucht dann das Mädchen aus vom Anfang, merkt, dass es ihr gut geht und so weiter. Sie hat also ihre Einstellung geändert, sie engagiert sich wieder. Es ist nicht mehr nur ein Job und so weiter und so weiter. Der Teil ist eigentlich wieder gut. Aber zwischendrin wäre vielleicht der ganze Film wirklich ein besserer gewesen, wenn er kompakter wäre. An den Special Effects und diesen endlosen Autos überschlagen, Auto-Explosionen, Auto-Zerstörungs-Origien, damit kann man sich irgendwie noch anfreunden. Ich habe kurz an Bruce Brothers denken müssen, weil er war in seiner damaligen Zeit der Film mit den meisten Autokollisionen. An den Film wird keiner zurückdenken. Das ist ein Film, den vergisst du sofort. Man denkt sich vielleicht irgendwann mal später, ja, da war mal was. Wie schlecht muss euer Tag sein, dass ihr an dem Film Spaß habt? Also, ich muss sagen, ich habe mich bei einigen von diesen Fan-Operations-Szenen schon wieder körperlich unwohl gefühlt. Das ist so der Punkt, wo sie für mich eben diesen, ich ziehe mir es einfach nur rein und es ist halt ein sinnloser Spaß. Da haben sie den Punkt für mich verlassen. Ich werde nicht nochmal gucken. Das ist ja wieder das eine Kriterium. Ich sage ja immer, es gibt eigentlich diese ganzen Bewertungen mit 7, 4, 5, 9, 8, 10 Punkten, ist völlig egal. Würde ich den Film nochmal gucken? Nein. Habe ich mich beim Film unterhalten? Sehr mittelmäßig. Also Schulnote 4. Ausreichend, würde ich jetzt mal sagen. Würde ich nicht irgendjemand empfehlen? Nein. Also die meisten Leute, die ich kenne, die ungefähr bei den Geschmack einordnen kann, die würden sich nachher eher beschweren, wenn ich ihnen diesen Film empfehlen würde. Ja, und ich denke, das reicht dann schon auch als Fazit für diesen, nennen wir das Film, für dieses Machwerk von Michael Bay. Das war Ambulance. Vielleicht schauen wir uns mal wieder was Gescheites an. So, endere ich. Ende. Ich eigentlich auch gerne. Schauen wir uns was Gescheites an. Aber für heute schalten wir glaube ich eher mal ab. Servus.